Moin, moin! Du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute bin ich auf kleiner Buschkraft-Scouting-Tour. Ich erkunde die Wälder um mich herum noch weiter und ich habe mittlerweile auch eine neue Kamera. Und es gibt ein paar kleine Updates auch noch zu diesem Kanal, was so in nächster Zeit passiert. Also dickprall gefüllt, wir haben viel zu quatschen. Es gibt viele schöne Naturaufnahmen. Und ich habe auch noch gesehen, hier gibt es einen Grillplatz in der Nähe, wo man theoretisch campen darf nach Anmeldung. Also, ne? Viel Spaß mit dem Video! Wo man singt, dort lasst sich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem Video ohne Gesang. So, meine lieben Freunde, fangen wir mal mit dem wahrscheinlich mit Wichtigsten an. Ich habe meine Kamera geändert und zwar habe ich jetzt keine Canon 750D mehr, EOS 750D, sondern eine Canon EOS M50. Was bedeutet das jetzt für alle, die sich jetzt nicht mega mit diesem ganzen Kamerazeug und so auskennen? Also, die Kamera, die ich jetzt habe, ist ein bisschen besser als meine alte Kamera. Also, sie ist vor allen Dingen funktionabler. Sie nimmt in 60p, also kann in 60p aufnehmen. Sie kann auch 4K aufnehmen, was wir uns heute noch alles angucken. Bedienbarkeit, Autofokus, alles tausendmal geiler und ist dabei nur halb so groß. Denn wäre sie genauso groß geblieben, dann, selbst wenn die Kamera jetzt natürlich ein bisschen besser ist, hätte ich dafür nicht nochmal, wie habe ich jetzt ausgegeben, 600 Euro ausgegeben. Weil das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Aber bis jetzt bin ich mit der Kamera ganz zufrieden. Und ich mache diese Ansage sozusagen am Anfang, damit ihr vorbereitet seid. Ja, ich filme jetzt zum Beispiel gerade mit Autofokus. Das ist eigentlich etwas, was ich mir abgewöhnt habe. Ja, weil ich fand das immer ein bisschen anstrengend mit diesem Pumpen. Ja, ich möchte mal ausprobieren, wie das so ist. Später werde ich noch ein Stück in 4K aufnehmen. Ja, das heißt, man wird dann halt sehen. Ja, die, die es mit dem Internet gucken können. Ich weiß ja, Deutschland ist leider ein bisschen weit hinten, was so Internetgeschwindigkeiten ist. Die können sich das dann angucken. Für die anderen bleibt es dann in 1080 oder was weiß ich. Ja, und jetzt will ich dieses ganze Setup einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich habe ich ja gerade ein Video rausgebracht, in dem ich gezeigt habe, wie ich so filme. Ja, Link findest du hier oben auf den kleinen Ausrufezeichen. Einfach mal angucken, wenn dich das interessiert, wie überhaupt so ein ganzes Video entsteht. Aber in dem Video habe ich auch schon gesagt, dass ich die EOS austauschen will. Ja, gegen eine neuere, kompaktere Version. Und ich sage mal so, im filmischen Ablauf ändert sich eigentlich fast gar nichts, außer dass ein paar neue Funktionen hinzukommen. Die Farben, Kontrast, Autofokus und sowas für euch halt besser wird. Ja, wo bin ich jetzt hier unterwegs? Ich bin immer noch in dem kleinen Waldstück, wo ich jetzt schon 2-3 Mal gefilmt habe, an dem See. Ja, wo einige Bilder für Instagram und so entstanden sind. Einfach mal vorbeischauen. Und ja, hier gibt es aber jetzt noch so einen Bereich, der hinter sozusagen Bahngleisen ist. Und da bin ich jetzt gerade. Und ich muss sagen, hier ist es noch einen Ticken ruhiger. Und hier sind noch weniger Menschen. Und ich fühle mich hier fast ein bisschen wie an den Schwarzwald erinnert. Ja, also mit den ganzen Fahnen. Hier gibt es gerade ein bisschen Aufstieg. Deshalb bin ich auch ein bisschen schwer am Atmen. Aber auch an sich, die Pollen setzen mir gerade ein bisschen zu. Aber so ist das halt. Genau. Und was ich vorher noch angesprochen hatte. Hier gibt es eine kleine Feuerstelle von einem Verein betrieben. Und ja, da kann man erstens mal ein richtiges Camping anmelden sozusagen. Ja, also erst mal das ohne Zelten kann man anmelden auf jeden Fall. Kostet irgendwie 10 Euro. Dann kann man sich da mit ein paar Leuten einen geilen Abend machen, weil da eine offizielle Feuerstelle ist und so weiter. Auf jeden Fall etwas, was ich mal nutzen werde mit Freunden. Und darunter stand auch noch Camping mit Übernachtung nach Absprache. Das heißt ja, dass das grundsätzlich anscheinend erlaubt ist, an diesem Platz bzw. hier in der Nähe irgendwie zu campen. Ich werde mal versuchen, da mit dem Verein und dem Forstamt ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Damit ich nicht so wie damals, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Oh, das ist eine Bank. Das finde ich angenehm. Da war ich ja immer gezwungen, in Naturschutzgebieten unterwegs zu sein. Wobei man dazu allerdings auch sagen muss, Naturschutzgebiete waren mehr Vogelschutzgebiete. Und zwar nicht für Bodenbrüter, sondern für die zum Weiterziehen. Weil die Naturschutzgebiete, zum Beispiel die Boberger Niederung, ja, ob da man viel Naturschutz betreibt, ich weiß es nicht genau. Weil eigentlich, da ist ein Segelflugplatz, da gehen Pferdewege mittendurch, ja, da fahren ständig Fahrradfahrer. Es ist eigentlich, zu einem Drittel ist das Wegfläche, ein Drittel ist Wasser und das andere Drittel ist höchstens mal Natur. Aber, ne, eigentlich gibt es dafür keine Rechtfertigung, dass ich immer so viel geschlafen habe in Naturschutzgebieten. Ich kann halt nur sagen, ich habe bei mir nichts anderes in der Nähe. Ich habe immer versucht, möglichst so zu schlafen, dass ich keine Tiere störe, weil ich ungefähr weiß, wo ich mich dann hinlegen muss und so weiter und so fort. Und so wie es aussieht, muss ich das hier nicht mehr machen. Ich weiß, für viele ist das eigentlich was ganz Normales, einen vernünftigen Wald in der Nähe zu haben, aber ich muss sagen, ich bin gerade mega happy. Ja, vor allen Dingen auch noch, dass man hier anscheinend wirklich halbwegs campen darf. Das ist natürlich keine allgemeine Erlaubnis, ja, dass man hier sofort überall schlafen darf. Aber nach Absprache hört sich immer gut an, vor allen Dingen, wenn da ein offizielles Schild steht. Deshalb, das macht mich schon ziemlich happy, muss ich sagen. Aber gehen wir mal eine Runde weiter. Ja, hier, wo ich jetzt gerade langkomme, fängt ein bisschen mehr wieder diese... Ah, schön. Hier fängt wieder ein bisschen mehr dieses Fichten-Ding an, ja, dieses Fichten-Monokultur-Ding. Aber es ist eigentlich keine Monokultur, ja. Klar, hier ist jetzt mal wieder so ein Bereich, wo eigentlich nur Fichte steht. Aber das ist an sich nicht schlimm. Ja, hier stehen überall, da steht eine fantastische, ich glaube, es ist eine Buche. Die ist riesig groß, finde ich klasse. Also zu meiner linken... ...sieht der Wald irgendwie diverser aus, ja, also mehr verschiedene Baumarten. Und zu meiner rechten... ...eher ein bisschen nach Monokultur. Naja, beides finde ich auch nicht schlimm. Ja, wenn beides zusammen auftritt, sozusagen, dann habe ich da kein Problem mit. Ich muss natürlich sagen, ich mag diese, ich nenne sie mal liebevoll, Autobahnwälder nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine, diese total toten Monokulturen, ja, wo auch gar keine Ranke mehr auf dem Boden ist. Nichts, ja. Wo absolut, also Plantagen im Prinzip, ja. Das sind für mich Autobahnwälder, weil die immer links und rechts von den Autobahnen sind ganz viel. Vor allen Dingen bei A1, da fährst du ja links und rechts die ganze Zeit, hast du diese Autobahnwälder. Naja, was soll man machen? Ja, und so wie das hier aussieht, bietet sich natürlich auch ein kleines Buschkraftcamp anzubauen. Ja, muss ich mal so sagen. Also wenn ich da so ein bisschen reingehe, da könnte ich gute Plätze finden. Ich muss mal gucken, wie das hier mit den Tieren ist, ja. Nicht, dass ich die Keiler störe oder so, aber ich bin guter Dinge. Was kommt in nächster Zeit? Ich schaffe es im Moment noch nicht so richtig auf das Niveau zu kommen, für jedes Wochenende zwei Videos parat zu haben, ja. Im Moment kommt pro Wochenende, meistens Samstag oder halt Sonntag morgens, ein Video. Und das wird in nächster Zeit sich nicht ändern oder ich muss mal gucken, wie ich hinterher komme in den nächsten zwei, drei Tagen, ja. Weil jetzt am Wochenende geht es schon wieder los. Wenn ihr das hier seht, dann hat sozusagen gerade meine große Reisezeit angefangen, ja. Weil erst geht es Darmstadt zu Tripsi und so, ja. Da haben wir alle ein entspanntes Wochenende. Und direkt von da auf den Sonntag fahre ich nach Bückeburg. Bin dann Bückeburg, knapp zehn Tage Mittelalter lagern. Von da aus drei Tage zu Hause und dann geht es auf den Mittelaltermarkt nach Bienenbüttel, ja. Und fast nahtlos von Bienenbüttel geht es dann wieder mit dem Wohnmobil los. Und da fahren wir dann auf der linken Seite von Deutschland, ja, also Köln und so weiter und so fort, ganz runter. Ja, da besuchen wir einen YouTuber-Kollegen, wo ich jetzt noch nicht verrate, wen. Dann fahren wir noch mal kurz in die Schweiz, wenn das alles klappt, ne. Das sind Pläne. Zu meiner Mutter, da mal besuchen ins Tessin. Und wenn ich dann noch Zeit habe, besuchen wir noch einen YouTuber-Kollegen, von dem ich auch nicht sage, wer das ist. Ja, und fahren dann wieder zurück über Köln, weil wir da eine Freundin besuchen von Seeja. Ja, ihr merkt schon, dickes Programm, große Reise, aber ich freue mich drauf. Es war letztes Jahr auch so, dass ich ungefähr zwei Monate, vielleicht insgesamt vier Tage lang zu Hause war, ja. Also ich mag einfach so reisen und Leute treffen, ja. Sonst würde ich ja auch nicht so viel wandern gehen und auf Großtouren gehen und solche Geschichten. Übrigens, weil es so geiles Wetter ist und ich heute irgendwie so gute Laune hatte und immer noch habe und so ein Freiheitsgefühl, habe ich einfach beschlossen rauszugehen mit nur Barfuß, ohne Schuhe und einfach mal zu gucken, wie weit ich komme und bin, ja, 500 Meter durch die Stadt, also über Asphalt gewandert, dann in den Wald rein und klar, bei dollem Kiesel oder scharfen Steinen, da piekt es mal ein bisschen, aber ansonsten ist ein klasse Gefühl, Leute, müsst ihr einfach mal machen, ja. Jetzt, wo so gutes Wetter ist, bietet sich das an. Ihr könnt ja auch mit dem Auto ranfahren, ja, wenn ihr nicht durch die Stadt wandern wollt oder so oder dann die Schuhe ausziehen und einen Rucksack packen, top. Ja, ihr seht schon, ich bin total happy. Nicht nur, dass ich einen Buschkraftplatz gefunden habe, meiner Meinung nach, ja, mehrere sogar. Ich muss das nochmal dann genauer angucken, ob sich das da eignet, wie viele Leute da vorbeikommen, sondern ich habe auch noch geile Chillplätze gefunden, ja, und mehrere geile Orte, um da zu drehen, also top. Die Kamera macht mir auch Spaß, ja. Es kann also eigentlich nur in Zukunft die besten Videos aller Zeiten auf diesem Kanal kommen. Bin ich mir auf jeden Fall ganz, ganz sicher. Ja, das war es auch schon mit meiner kleinen Scouting-Tour. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war so ein kleiner Überblick hier, was in nächster Zeit kommt, ja, was gerade bei mir abgeht und welche geilen Naturplätze wir hier in nächster Zeit sehen, weil hier werde ich bestimmt öfter bivakieren, ja, und zelten. Ich habe da noch ein paar kleine Experimente vor. Wenn du jetzt hier links auf die zwei kleinen Fenster klickst, kommst du noch zu anderen Videos von mir, einfach mal reinschauen, ja, Empfehlungen von mir. Und ansonsten, lass dem Video doch ein Like da, abonniert mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos, hoffe ich zumindest. Bis dahin, tschüss, tschüss.